Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Dorothea Neukirchen. Hallo Dorothea, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, ich bin ja jetzt gar nicht das erste Mal da, sondern schon das dritte Mal. Deswegen kennen mich vielleicht schon ein paar Zuhörer. Also ich mach's mal ganz kurz. Ich bin ausgebildete Schauspielerin, hab am Theater und im Film gespielt, bin dann hinter die Kamera gegangen, hab auch Regie geführt, aber auch Drehbücher geschrieben und das war so der Beginn meiner Schreiberei. Und ja, dann habe ich irgendwann das Schreiben zwischen zwei Buchdeckeln doch noch attraktiver gefunden. Das hört sich spannend an. Und welches Buch hast du uns heute mitgebracht? Also diesmal kein Sachbuch zum Film und auch keine Kurzgeschichten, sondern einen Roman. Es ist die Liebesgeschichte zwischen einer Hamburger Werbefrau und einem chinesischen Qigong-Meister. Wow. Wie heißt denn das Buch? Eine Winteraffäre. Oh, es findet im Winter statt. Okay, ich vermute, es gibt auch ganz viel Schnee in deinem Buch. Schnee spielt durchaus eine Rolle, ja. Perfekt für mich. Magst du gleich mal anfangen? Ja. Ich beginne mit dem Anfang. Zuerst sind es seine Augen, die sie faszinieren. Dunkelbraune Augen, die selbst vergessen auf ihr ruhen. Claire, das ist Xulin, unser Qigong-Meister. Er kocht heute für uns, aber das habe ich dir ja schon erzählt, sagt Ilona und lässt die beiden stehen, um den nächsten Gästen die Tür zu öffnen. Xulin hat ein Handtuch als Schürze umgebunden. Hinter ihm dampft es. Aber das scheint ihn im Moment nicht zu kümmern. Claire ist Blicke von solcher Intensität nicht gewöhnt. Ob er die Menschen immer so ansehe, fragt sie ihn spöttisch, um sich dem Sog zu entziehen. Only those who interest me exactly the way you do. Nur die, die mich auf genau die Weise interessieren, in der du mich interessierst. Das Lächeln, mit dem er seinen Satz begleitet, ist im Westen so selten wie das von Mona Lisa. Claire lächelt zurück und sagt sich, dass diese Art Lächeln in Asien wahrscheinlich Standard ist, überhaupt nichts Besonderes. Schließlich kennt man es von jeder zweiten Buddha-Statue. Bleibt seine merkwürdige Formulierung. Sätze mit Widerhaken machen Claire neugierig. Das ist eine berufsbedingte Schwäche. Sie ist Werbetexterin. Und was genau ist das für eine Art, in der ich sie interessiere, fragt sie. Sorry. Er hebt entschuldigend die Hände. Ach so, er versteht kein Deutsch. Claire wechselt ins Englische und wiederholt ihre Frage. Da lacht er, als hätte sie einen hintergründigen Witz erzählt. Seine Augen blitzen. Hinter ihm beginnt es zu brodeln, irgendetwas droht überzukochen und Claire wird Zeuge einer schnellen Reaktion. Mit präzisem Griff hebt er den heißen Topf von der Platte, gerade noch rechtzeitig, bevor sich der aufgeturmte Schwall Reiswasser ergießen kann. Mit der freien Hand arrangiert er nun allerlei eng geschichtete Schüsselchen, Tegelchen und Töpfe hin und her, um Platz für den heißen Topf zu schaffen. Unter Claires Augen wächst der Chinese in die Rolle eines Jongleurs. Das verblüfft mich jetzt, sagt Claire. Ich dachte immer, Qigong-Meister bewegen sich besonders langsam. Da lacht er wieder. Diesmal ist es ein geschmeicheltes Lachen. Es gibt eine Zeit für Langsames und es gibt eine Zeit für Schnelles, sagt er in seinem Akzent geprägten Englisch und macht gerade so viel von der Tischecke frei, wie er braucht, um eine Zwiebel klein zu hacken, ohne dass das Brettchen ein Übergewicht kriegt. Vermeide, was nicht im Eigenklang steht. Claire versteht nicht wirklich, was er damit meint. Aber vielleicht ist es gerade dieses Nicht-Verstehen, das sie in seinen Bann zieht. Seit dem plötzlichen Verschwinden ihres Ehemannes ist Claire fasziniert von Dingen, die sie nicht auf Anhieb begreift. Zu Lynn stellt das Zwiebelbrettchen als dritte Etage auf zwei Töpfe und lässt Fett in einer Pfanne aus, nicht ohne sich mit einem Seitenblick Claire's Aufmerksamkeit zu vergewissern. Er fordert sie mit einem charmanten Lächeln auf, wegzugehen oder sich zumindest umzudrehen. Warum? Wenn sie weiter zugucke, erfahre sie das Geheimnis seiner Soße. Und dieses Geheimnis hüte er seit seiner Studienzeit in Kalifornien. Nur wenige Menschen seines Vertrauens würden es kennen. Und dann kann ich ja bleiben oder erwecke ich etwa kein Vertrauen. Er lacht. Okay, aber erzähle es keinem weiter. Meine persönliche Mixtur besteht aus viel Asien und einer kleinen Prise Amerika. Er zaubert eine Flasche Ketchup aus seinem Rucksack. Nun ist es an Claire zu lachen. Er habe an der UCLA Physik und Mathematik studiert, erzählt er, während er die Soße mit Ketchup abschmeckt. Das Interessante dabei sei, wie er durch die Ergebnisse westlicher Wissenschaft zurück zum uralten chinesischen Wissen von der Einheit aller Dinge geführt worden sei. Die Entdeckung des universellen Wirkungsquantums habe ja durchaus einen Zug von Ganzheit bei atomistischen Prozessen enthüllt. Äh, ob er sie langweile? Nein, nein, überhaupt nicht. Sie sei zwar in Mathematik eine Niete gewesen, aber das haben sie nicht davon abgehalten, später alle möglichen Artikel über Chaos, Theorie, unschärfe Relationen und Paradigmenwechsel zu sammeln. Sie erinnert sich an das Beispiel vom Schmetterling, vom leichten Flügelschlag, der angeblich auf der anderen Seite der Erde einen Tornado auslösen könne. Er scheint das für plausibel zu halten, denn er nickt, während er mit großer Konzentration fünf Löffel Pilzwasser über dem Reis verteilt. Claire stellt verwundert fest, dass ihre Müdigkeit nach dem zähen Arbeitstag in der Agentur einem beschwingten Gefühl von Leichtigkeit gewichen ist. Dieser Mann passt nicht in ihr Beuteschema, nein, überhaupt nicht. Er ist klein, fragil, beinahe mädchenhaft, wäre da nicht etwas Stählernes unter der Oberfläche. Außerdem ist er ziemlich alt, vielleicht fünfzig oder älter, schwer zu schätzen. Weißliche Haare fallen in sanftem Bogen auf seine Schultern. Gepflegte Haare, er sieht propper aus. Aber ein Chinese. Claire gehört nicht zu denen, die für Asiatisches schwärmen. Sie ist nicht einmal gerne chinesisch. Nein, das ist kein Mann für sie. Warum dreht er sich ausgerechnet jetzt zu ihr um? Kann er Gedanken lesen? Was für eine blöde Angewohnheit, alle Männer auf ihre Beziehungstauglichkeit hinzuscannen. Andererseits machen Männer so etwas nicht auch? Wie sie sich wohl aus seiner Sicht ausnimmt. Hübsches Gesicht, glatte blonde Haare, schlank, etwas zu groß. Zumindest für ihn. Edel-lässige Designer-Kleidung? Nein, von Designer-Kleidung versteht er wahrscheinlich gar nichts. Seine graue Bügel-Faltenhose sieht eher verdächtig nach C&A aus. Ich gehe jetzt zu den anderen, sagt sie, um einen Schlusspunkt unter ihre müßigen Überlegungen zu setzen und fragt, ob sie schon etwas mitnehmen kann. If you can wait. Natürlich kann sie warten. Sie hat ja nichts weiter vor. Sie ist bei Ilona zum Essen eingeladen. Oder bei ihm. Ilona hat ihr das Arrangement am Telefon erklärt, aber Claire hat nicht richtig hingehört. Sie hatte ein Gespräch auf der anderen Leitung. Egal. Jedenfalls ist sie jetzt hier und sie hat auch nichts anderes vor für den Abend. Also kann sie warten. Warum hat sie das Gefühl, dass er sie testet? An seinem Blick kann es diesmal nicht liegen, denn er wendet ihr den Rücken zu. Trotzdem ist ihr, als bräche der schlichte Satz, wenn du warten kannst, durch die oberste Bedeutungsschicht wie durch dünnes Glas. Hier Joa. Er reicht ihr eine Schüssel und berührt dabei ihre Hand. Zufällig? Oder ist es Absicht? Die Berührung ist so leicht, dass Claire sie als Zufall abtun könnte. Doch sie tut die Berührung nicht ab, sondern spürt sie und begegnet seinem Blick. Da eröffnet sich ein taubenfüßiges Recht der Möglichkeiten, ganz unvermutet und gegen alle Wahrscheinlichkeit. Nur für einen Moment, für einen schwebenden, schwebenden, allzu flüchtig, denkt sie später, als sie am Esstisch sitzen und Ilona bedauert, dass zu Linz Hamburger Zeit sich dem Ende nähert. Oh, sagt Claire, wann denn? In drei Tagen schon. Wer will unbedingt nach Schweden? Was denn? Was denn? In dieser grässlichen, dunklen Jahreszeit noch weiter in den Norden? Wie kann man nur, ruft Claire und löst einen fröhlichen Tumult allgemeiner Zustimmung aus. Damit ist es ihr mal wieder gelungen, ihre Gefühle in aller Offenheit auszudrücken und sie gleichzeitig zu verbergen. Es ist ihr Trick, sich hinter weithingeteilten Meinungen zu verschanzen, in diesem Fall hinter der allgemeinen Angst vor Hamburger Nieseltagen und dem unweigerlich näherrückenden Weihnachtsfest. Nun überschlägt es sich, schon im Oktober wurden erste Lichterketten und Lebkuchen gesichtet. Ach was, Oktober, schon im September. Das sei uneinständig, bald werde man schon im Juli damit überfallen. Eine Welle sprudelnder Einigkeit löst die Reste von Steifheit auf, mit der zuvor über Politik diskutiert wurde. Man genießt es, sich über Zustände zu erregen, die nicht wirklich wehtun. Da ruft Cora in einer Lautstärke, mit der sie alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich finde Weihnachten schön. Ja, wenn man kleine Kinder hat, so wie du. Ohne Kinder ist Weihnachten doof. Das müssen ja nicht die eigenen Kinder sein, ruft Clemens und erzählt, wie viel Spaß es ihm letztes Jahr gemacht hat, für seine kleine Nichte den Nikolaus zu spielen. Und plötzlich weiß jeder etwas Positives, etwas Herzerwärmendes. Nur Claire wird schweigsam. Sie versinkt in dem Abgrund, in dem ihre Zukunftspläne gefallen sind, als Björn verschwand. Sie sind darüber nach, ob es leichter oder noch schlimmer gewesen wäre, wenn sie ein Kind gehabt hätten. Xulin, der sich nicht an der Debatte beteiligt, weil seine Kindheit ohne Weihnachtsbrauchtum vonstatten ging, bemerkt Claires Stimmungsumschwung. Er wirft eine samtende Stimme nach ihr aus. Er liebe das Licht, sagt er und wartet ab, bis sein Satz Wellen zieht in Claires Bewusstsein, bevor er fortfährt. Das hindere ihn allerdings nicht daran, auch die Schönheit des Dunkels zu schätzen. Claires ist dankbar für die Ablenkung. Gehen Sie deshalb nach Schweden? In gewisser Weise. Es sei eine Herausforderung. Mitunter könne es heilend sein, sich freiwillig in das hineinzubegeben, was man fürchte. Es gebe Zeiten, da ziehe er die Dunkelmeditation allen anderen Meditationsarten vor. Dunkelmeditation? fragt Clare. Sie soll sich eine Höhle vorstellen, tief im Innern eines Berges. Und dann werde auch noch die Fackel gelöscht. Und dann? Nothing. No thing. Nichts. Kein Ding. Man sitze mit offenen Augen da und sehe nichts als Schwärze. Man höre das Geräusch des eigenen Atems und das Rauschen des Blutes. Der unwillkürliche Lidschlag verlangsame sich, weil die Dunkelheit so weich sei, dass nur wenig Trennenflüssigkeit mobilisiert werde. Schade, dass es in Hamburg so wenig Höhlen gibt. Clare hat ihren flippigsten Tonfall gewählt, um die Suggestion abzuwehren, die von ihm ausgeht. Er lässt sich nicht irritieren. Als habe er ihre Ironie nicht bemerkt, bestätigt er, dass es tatsächlich nicht einfach sei, moderne städtische Räume abzudunkeln. Eine geradezu paranoide Furcht vor der Dunkelheit habe zu ihrer beinahe vollständigen Vertreibung geführt. Mit der Konsequenz einer ständigen Reizüberflutung. Es sei jedoch interessant, wie rasch man dem gegensteuern könne. Nach nur einer Stunde in tiefer Dunkelheit werde, selbst bei geschlossenen Liedern, das Anzünden einer einzigen Kerze zur Sensation. In der Weihnachtsdiskussion ist gerade eine Pause eingetreten, sodass Clemens das letzte Wort aufschnappt. Wo gibt es eine Sensation? fragt er quer über den Tisch. Überall da, wo Gegensätze aufeinandertreffen, sagt Xulin. Licht auf Dunkelheit beispielsweise, sekundiert Clare. Stille auf Geräusch, heiß auf kalt, Yin auf Yang, Mann auf Frau, das schon wieder allgemeines Gelächter. Reicht mir doch mal die Pilze. Sind die jetzt Yin oder Yang? Egal, sie schmecken jedenfalls sensationell, das muss mal gesagt werden. Xulin nimmt das Kompliment mit einer kleinen Beugung seines Kopfes entgegen. Sind Pilze jetzt männlich oder weiblich? fragt einer. Mich interessiert vielmehr, wo man sie kaufen kann. Ach, in jedem Asialaden. Eben nicht. Also ich kenne da einen in der Grindelallee. Gib dir keine Mühe. Die Soße macht es. Genau, und die Soße ist ein Geheimnis, ruft Clare und tauscht einen verschwörerischen Blick mit Xulin. Ist er nicht süß? fragt Ilona Clare, als sie die Teller hinaustragen. Wer, der Nachtisch? Habe ich noch nicht probiert. Du weißt genau, was ich meine. Ich habe doch gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Ilona spannt eine Folie über den Gemüserest und seufzt. Er ist schon ein ganz besonderer. Schade, dass du den Kurs nicht missgemacht hast. Ja, hat mir auch leid getan. Eigentlich steht Qigong auf meiner Liste, aber ich war einfach zu viel unterwegs in letzter Zeit. Wenn du willst, kannst du immer noch einsteigen. Ich denke, euer Meister geht nach Schweden. Schon, aber wir machen ohne ihn weiter. Wir treffen uns jeden Morgen. Ich kann das doch gar nicht. Das ist total einfach, also basismäßig gesehen. Ansonsten natürlich, da lernst du nie aus. Wie im richtigen Leben. Genau. Komm mal mit. Ich muss dir was zeigen. Ilona führt Clare in ihr Schlafzimmer und deutet erwartungsvoll auf ein Tuschelbild über ihrem Bett. Und, wie findest du das? Clare betrachtet ratlos eine aufsteigende schwarze Linie, umgeben von ausgelaufenen hellgrauen Tuschetropfen. Nett. Nett. Ilona ist enttäuscht. Ja, ich verstehe nichts von Kalligrafie, sagt Clare entschuldigend. Musst du auch nicht. Das ist ein PPP. Ein Personal Power Picture. Also, eine Art Portrait. Ja, nichts. Du musst das einfach erleben. Die Session mit Xulin ist sensationell. Er channelt deine persönliche Energy. Moment mal. Das Bild ist von Xulin? Ich denke, er ist Qigong-Meister. Ja, darf er deswegen keine Bilder machen? Ja, natürlich. Ja, ist auch schön. Sehr dekorativ, leckt Clare ein. Ich sag dir nur, du hast was verpasst. Die Sitzung ist ein Erlebnis. Er tunt sich vollkommen auf dich ein. Das könnte mich überzeugen. Clare lässt sich auf Ilonas Wasserbett fallen und schaukelt mit den Schwingungen. Irgendwie ist es Zeit, dass sich mal wieder jemand auf mich eintunt. Vielleicht sollte ich mir auch ein Wasserbett zulegen. Kannst du mir gerne abkaufen. Ist nicht der Bringer. Die meisten Typen kommen dabei aus dem Rhythmus. Und da willst du es mir verkaufen? Das ist wahre Freundschaft. Ilona zieht Clare hoch. Komm, Zeit für einen Espresso. Clare füllt zwei Löffel braunen Zucker und Sahne in ihr Tässchen, als Xulin sich neben sie stellt. Sie bietet ihm Zucker und Sahne an. Nein, danke. Ich trinke meinen Kaffee ohne alles. Sogar ohne Koffein, sagt er. Und sieht sie mit seiner Monalisa-Mine an. Lange. Er scheint nicht nur Kaffee ohne Koffein, sondern auch Geselligkeit ohne Reden zu mögen. Sein Schweigen macht Clare unruhig. Und da ihr nicht einfällt, was sie sonst sagen könnte, redet sie davon, dass Ilona ihr das Personal Power Picture gezeigt habe. Und dass es schade sei, dass er so bald abreise, denn nun könne er keins mehr von ihr machen. Ja, schade, sagt er. Leider komme ihre Anfrage zu spät. Er habe seinen Raum bereits aufgegeben. Hindernisse spornen Clare an. Obwohl sie eigentlich gar kein Bild von ihm will, fragt sie, was er denn für eine Sitzung benötige. Nicht viel. Einen ruhigen Raum und einen großen Tisch. Beides gibt es bei Clare zu Hause. Ob sie hoch wohne, will er wissen. Sein Werkzeug sei schwer. Vierter Stock Altbau. Erst als er bedauernd seinen Kopf schüttelt, fügt sie hinzu mit Aufzug. Dann geht es nur noch um den Termin. Am nächsten Tag hat sie keine Zeit, am Montag hat er etwas vor. Bleibt der Dienstag, der Abend vor seiner Abreise. Clare sieht in ihren Kalender. Der sieht wundervoll frei aus. Das habe sie hübsch gesagt, meint er. Und versenkt seinen Blick in ihren, bis sie die Spannung mit einem kleinen Lachen auflöst. Am Dienstag kauft Clare Salat und frische Schrimps für zwei Personen. Baguette hat sie im Tiefkühlfach und Wein ist auch vorrätig. Abende vor einer Abreise sind vielversprechend. In der Werbeagentur begründet sie ihren frühen Weggang damit, dass ein befreundeter Maler auf der Durchreise sei und eine Porträtskizze von ihr anfertigen wolle. Sie müsste natürlich gar nichts sagen. Sie gehört zum kreativen Personal und hat gewisse Freiheiten. Aber sie möchte etwas andeuten und wird auch sofort von Clemens belohnt. Aha, Porträtskizze nennt man das neuerdings. Clare antwortet mit einem vieldeutigen Lächeln. In ihrem Job ist es angesagt, Erotik zu behaupten. Auch und gerade dann, wenn sich im Privatleben wenig abspielt. Schließlich verkaufen sie fast alle Produkte mit Erotik. Da gilt es, glaubwürdig zu sein. Pünktlich um sechs klingelt es. Clare drückt den Türöffner, hört Koffer rollen und wartet auf das Geräusch des Aufzugs. Stattdessen hört sie Xulin höflich grüßen und fragen, in welchem Stockwerk Clare Fischer wohne. Wieso das denn? Sie hat ihm doch gesagt, dass er in den vierten Stock muss. Eine pedantische Stimme gibt ebenso korrekte wie abweisende Auskunft. Ausgerechnet Dr. Pufendorf bemüht sein Schulenglisch. Vor zwei Jahren hat er ihr wegen eines winzigen Wasserschadens einen Anwalt auf den Hals gehetzt. Clare kann sich vorstellen, wie er den exotischen Gast inspiziert. Als sich die obere Fahrstuhltür öffnet und sie die großen Koffer sieht, die Xulin auf einem Trolley hinter sich herzieht, ist ihr klar, dass das Ehepaar Pufendorf ein neues Thema hat. Der Einzug eines Chinesen bei Frau Fischer. Die Haustür ist immer noch nicht ins Schloss gefallen. Offensichtlich will Herr Pufendorf überwachen, wie die Begrüßung ausfällt. Sie fällt leise und befangen aus. Clare schließt so rasch wie möglich die Wohnungstür. Dann zeigt sie Xulin ihr Zuhause. Es ist sparsam und edel möbliert. Parkett, Stuck an der Decke. Björn hat den Erlös mehrerer Skulpturen in die Wohnung gesteckt. Clare bezahlt die monatlichen Bankzinsen. Es war eine kluge Investition. Die Preise am Roten Baum sind seither weiter gestiegen. Wenn Björn jemals wieder auftaucht, werden sie sich auseinander dividieren müssen. Vielleicht muss sie dann umziehen in ein weniger teures Viertel. Xulin zeigt sich angemessen beeindruckt von der Örtlichkeit. Ist der Tisch groß genug, fragt sie und hebt die Blumenvase von der geölten Holzplatte. Er nickt und kündigt an, dass er eine halbe Stunde brauche, um seine Utensilien aufzubauen. Sie könne ihm dabei zusehen. Aber Clare will die Zeit nutzen, um bei Petersens im Hochparterre ein Geschenk abzugeben. Dort ist ab 18 Uhr Open House. Petersens haben vor fünf Wochen ein Kind bekommen. Das hatte Clare vergessen, als sie sich mit Xulin verabredete. Als sie zurückkommt, ist es still in der Wohnung. Sie geht auf die Wohnzimmertür zu und lugt um die Ecke. Xulin sitzt mit geschlossenen Augen vor einem Ensemble von Steinen und Pinseln. Er hat die Haare auf altchinesische Art über dem Kopf zusammengebunden und trägt ein schwarzes Gewand, das ihr vorkommt wie eine Mischung aus Priesterrobe und Zauberkittel. Er reagiert nicht, als sie in den Raum kommt. Clare setzt sich leise aufs Sofa, zu Gast in der eigenen Wohnung. Sie merkt, dass sie den Atem anhält. Tief durchatmen, hat ihr Vater immer gesagt. Clare atmet unwillig aus. Das wirkt laut in der Stille. Ja, da kann sie auch gleich aufstehen und sich an den Tisch setzen. Als sie gegenüber von Xulin Platz nimmt, öffnet er kurz die Augen und sagt mit weicher Stimme, wir wollen uns noch etwas konzentrieren. Clare ist unklar, ob er im plurales Majestatis spricht oder ob er sie mit einbezieht. Sie versucht, ihren Atem sinken zu lassen, das kennt sie vom autogenen Training. Sie schließt die Augen. Als sie sie wieder öffnet, trifft sein Blick sie mit schockierender Direktheit. Sie hält dem Blick stand. Ein Gefühl von Kampf schleicht sich ein. Ein Kampf, den sie nur verlieren kann. Im Schweigen ist er ihr überlegen. Clare spürt Reste von Petersons Trockenkuchen zwischen ihren Zähnen. Ich möchte noch mal aufstehen, mir die Zähne putzen, bricht sie die Atmosphäre konzentrierter Heiligkeit. Er lacht. Und dieses Lachen macht es ihr leicht. So, dann bin ich wieder, sagt sie, als er aus dem Bad zurückkommt. Eine feine Selbstironie sitzt in seinen Augenwinkeln, als er ankündigt. And now we do a little bit of Chinese trance. Er gießt Wasser auf einen gehüllten schwarzen Stein und reibt ihn mit einem anderen Stein. Geduldig. Mit kreisförmigen Bewegungen. Offenbar eine uralte Methode, um Tinte herzustellen. Das also nennt er chinesische Trance. Clare solle sich überlegen, ob sie eine bestimmte Frage habe. Sie schaut auf die dunkler werdende Tinte. Ich glaube, ich möchte etwas über mein Lebensziel erfahren. Wie sie das meine, fragt er nach. Sie antwortet zögerlich. Ich denke, es geht mir eher um den Sinn. Weniger um den Karriereaspekt. Das habe er sich schon gedacht, aber er habe es von ihr hören wollen. Nun soll sie ein Papier auswählen. Das oberste Blatt ist makellos. Das darunterliegende hat verschiedene dunkle Stellen. Sie entscheidet sich dafür. Sie selber sei ja auch nicht mehr ohne Markierungen, meint sie kokett. Soll das Papier hochkant liegen oder breit? Clare überlegt, wo sie das Bild aufhängen wird, wenn sie es denn überhaupt aufhängt. Auf dem schmalen Wandstück neben dem Schlafzimmerfenster wäre noch Platz. Hochkant. Er legt das Papier mit der Schmalseite vor sich hin. Und da weiß sie aus irgendeinem Grund plötzlich, dass es doch breit liegen muss. Egal, ob es dann noch auf das Wandstück passt oder nicht. Was ist das für ein merkwürdiges Spiel, auf das sie sich da eingelassen hat? Sie kennt weder die Spielregeln noch glaubt sie daran. Und doch ist sie mittendrin. Ich überschlage jetzt ein paar Seiten. Ich verrate nämlich nicht, wie der Abend ausgeht. Ich will ja, dass der Roman auch noch gekauft und gelesen wird. Also, nach der Abreise von ihm tauschen sie jedenfalls E-Mails. Und Clare sucht nach einem Rahmen für ihr Personal Power Picture. Doch beim Rahmenmacher stößt das Bild auf Skepsis. Immer dasselbe. Die Leute bringen irgendwelche Dinge von ihren Asienreisen mit und denken, wunderschön, was sie da für ein Kunstwerk ergattert haben. Dann kommen sie zu mir und verlangen, dass ich das Bild, dass ich das knitterfrei aufziehe. Also, das ist mit diesem billigen Papier überhaupt nicht möglich. Das würde sofort reißen. Wenn Sie Ihr Souvenir unbedingt rahmen wollen, bitte holen Sie sich im nächsten Kaufhaus einen Rahmen. Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Clare kam sich vor wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Das Bild nahm sich auf einmal schäbig aus. Der schöne Magier Xu war zum Scharlatan degradiert. Betroffen rafft sie ihr Bild vom Tresen und flüchtet mit dem Gefühl persönlicher Niederlage aus dem Laden. Trotzig blätterte sie im nächsten Warenhaus verschiedene Fertigrahmen durch und überlegte, ob nicht vielleicht der Rahmenhändler der Blender war. Ein Aufschneider, der seine Unfähigkeit mit Arroganz kaschierte. Warum nur hatte sie sich von ihm beeindrucken lassen? Wahrscheinlich, weil er ihren eigenen Zweifeln entgegenkam. Schamvoll erinnert sie sich an die mitleidige Herablassung, die sie bei Xulins Preisgestaltung überkommen hatte. Das Personal Power Picture kostete nicht mehr als ein extravagantes Paar Schuhe. Damit qualifiziert es sich nicht für die Kategorie Kunst, sondern viel eher in die Kategorie esoterische Lebenshilfe. Was nichts kostet, ist auch nichts. Mit diesem Satz ist sie aufgewachsen. Andererseits weiß sie aus ihrer Berufserfahrung, dass hohe Preise nicht unbedingt ein Zeichen für Qualität sind, sondern eher eins für eine Lifestyle-Kampagne. Sie legt die vom Rahmenhändler geschmähte Kalligrafie unter den Passepartout des Kaufhausrahmens. Was ist Kunst? Wer definiert mit welchem Recht, was Kunst ist? Warum glaubt sie der Definition eines dahergelaufenen Rahmenhändlers? Sie könnte das PPP als Konzeptkunst betrachten, als Dokument eines Prozesses. Genau das ist es. Sie platziert die Glasscheibe über die Kalligrafie. Dort, wo Xuxu mit der Nässe gespielt hat, ist das Papier geweitet. Die Ränder bilden ein schrumpeliges Ufer. Die Papierwellen werden vom Gewicht der Glasplatte zu kleinen Falten zusammengedrückt. Seelenfalten. Ein Knitterbild. Warum nicht? Hat Björn ihr nicht immer vorgeworfen, dass sie alles glatt bügeln wolle? Nun muss sie das Bild nur noch aufhängen. Sie ist ungeübt mit Hammer und Nagel. Kunst aufzuhängen war Björns Ressort. Der Nagel verbiegt sich und quetscht ihren Finger ein. Immerhin ist er tief genug, um den leichten Rahmen zu halten. Sie tritt zurück. Das Bild hängt schief. Sie hebt den Rahmen links an, doch sobald sie ihn loslässt, schwingt er zurück in die Schräglage. Björn hängt auch kleine Bilder an Seilzügen auf. In vielem mochte er schlampig sein. Aber mit dem Aufhängen von Bildern nahm er es genau. Claire betrachtet den schiefhängenden Fremdkörper in ihrem Schlafzimmer. Sie hat sich das Unvollkommen in ihre Wohnung geholt. Björn würde kaum glauben können, dass sie das erträgt. Aber sie erträgt es nicht nur. Sie wird auf einmal ganz fröhlich, so als hätte sie ihm erfolgreich eins ausgewischt. Am nächsten Morgen überhört sie den Wecker. Auf dem Weg ins Büro platzt ihr im Hausflur die Mülltüte. Normalerweise ist es egal, ob Claire zehn Minuten früher oder später ins Büro kommt. Doch dieser Tag beginnt mit einem wichtigen Termin. Die erste Entwurfspräsentation für einen neuen Kunden ist immer eine nervige Angelegenheit. Hinzu kommt, dass Piet sich vom heutigen Kunden eine Expansion der Agentur erwartet. Wenn sie den Auftrag an Land ziehen, dann haben sie einen Fuß in der Möbelbranche. Piet hat die Mitarbeiter gegeben, ihr Bestes zu geben. Deshalb Claires Entscheidung für das eierschalende Kostüm mit engen Rock. Nun mit Müllverzierung. Also nochmal hoch umziehen. Als sie endlich im Auto sitzt, blinkt die Tankanzeige rot. Claire pokert auf Risiko, fährt an der Tankstelle vorbei und verliert. Der verstummende Motor erlaubt ihr gerade noch, das Auto auf einem Halteverbotsstreifen ausrollen zu lassen. Claire legt die restlichen zwei Kilometer zu Fuß zurück, indem sie vorwärts hastet und gleichzeitig vorbeifahrenden Taxen wilde Zeichen macht. Manche Taxen scheinen leer, aber keine erbarmt sich ihrer. Niemand scheint sich um ihr Gestikulieren auch nur zu kümmern. Claire schimpft auf die sturen Hanseaten, verdoppelt ihr Fußgängertempo und gerät ins Schwitzen, trotz des scharfen Winds. Sie reißt sich den Schal vom Hals. Drei Straßenecken entfernt von der Agentur hält endlich ein Taxi neben ihr. Offensichtlich hat doch einer seiner Kollegen Bescheid gesagt. Dankbar reißt Claire die Türe auf, lässt sich auf den Sitz fallen und nennt die Adresse. Da wird sie vom Fahrer angeblasft. Dafür habe ich meine Position am Stuntplatz aufgegeben. Das ist ein Zusatzgeschäft. Claire reicht ihm einen Geldschein und kauft sich mit einem Stimmtso von seinem Zorn frei. Beim Aussteigen springt ihr eine Bewegung ins Auge. Ein vertraut erscheinender Seemannsgang, eine schwarze Jeans mit Spuren von Terrakotta-Staub über ausgelatschten Schuhen. Claire verfängt sich im Riemen ihrer Tasche und schlägt mit dem Knie aufs Pflaster. Der Taxifahrer knallt die offen gebliebene Beifahrertür zu und gibt Gas. Claire erhebt sich unter Schock. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal hingefallen ist. Leidet sie an Halluzinationen oder hat sie tatsächlich Björn gesehen? Die Straße ist leer. Das heißt natürlich ist sie nicht leer. Da gibt es Autos und Fahrräder, zwei Kinder, die eine Cola-Dose hin und her kicken, eine Plüchtiger-Gewandete mit Pinscher und einen eiligen Mann mit Aktentasche. Nur eine fleckige Jeans mit Seemannsgang, die gibt es nicht. Claire klopft den Dreck von der Hose und reibt sich das schmerzende Handgelenk. Bei Regen wäre es schlimmer. Think positive. Sie versucht sich zu wappnen für das, was sie im Sitzungszimmer erwartet. Es erwartet sie eine ausgesprochen frostige Atmosphäre. Claire Fischer, sagt Pete kurz in ihre Richtung, als sie die Tür öffnet und fährt ohne Unterbrechung in seinen Ausführungen fort. Claires Bemühen, sich geräuschlos zu setzen, wird vom Ratschne ihres Stuhls zunichte gemacht. Metall auf Marmor. Die Dissonanz geht quer durch den Magen und erhöht mit sofortiger Wirkung die Frequenz von Pets Stimme. Es scheint nicht gut zu laufen. Wenn Pets Worte sich in diesen elaborierten Nebensatzverschachtelungen ergehen, dann handelt es sich um den Versuch, mit äußerster Konzentration eine tendenziell außer Kontrolle geratene Situation doch noch in den Griff zu kriegen. Claire begreift, dass ihr Textvorschlag abgelehnt worden ist. Sie studiert die Marienkäferkrawatte des Kunden. Sie hüpft, als er seine Bedenken äußert. Die Käfer scheinen zum Leben zu erwachen. Doch so kräftig die Worte des Kunden daherkommen, inhaltlich bleiben sie schwammig und unklar. Unvermutet ist Schweigen eingetreten. Claire fühlt fordernde Blicke auf sich gerichtet. Sie soll sich äußern. Sie fragt den Kunden, ob er ihren Text ablehnt, weil er zu normal oder weil er zu ungewöhnlich ist. Peets Blick gefriert. Klärung erfolgt auch keine. Der Kunde wiederholt nur, was er schon vorher gesagt hat, allerdings mit noch mehr Nachdruck. Diesmal zittern nicht nur die Marienkäfer, sondern auch die kleinen schwarzen Haare, die aus seinen Ohren wachsen. Sie stehen in einem unausgelösten Widerspruch zum dünnen, weiß-grauen Haupthaar. Claire überlässt jetzt Peets das Reden und denkt darüber nach, wie es kommt, dass Haare am selben Körper einmal weiß-grau und einmal schwarz sein können. Sie vermutet, dass die ungleichmäßige Haarbleiche etwas damit zu tun hat, dass die Vitalität an manchen Körperregionen früher nachlässt als an anderen. Vielleicht ist das Chi dort blockiert. Während sie noch darüber grübelt, rutscht die Marienkäferkrawatte aus ihrem Blickfeld, weil der Kunde aufsteht. Claire sieht hoch. Sein Kopf ist nicht dort, wo sie ihn vermutet. Sie muss ihren Blick wieder senken. Der Mann ist ein Sitzriese. Claire hebt ihren Stuhl sorgsam an, damit er nicht wieder quietscht, als sie nun ebenfalls aufsteht und dem Kunden eine Hand zum Abschied reicht. Sie überlässt Piet das hinausbegleiten und geht zur Espressomaschine. Höchste Zeit, dem Tag eine zweite Chance zu geben. Claire bedient gerade den Milchschäumer, als Piet's Stimme in ihren Rücken sticht. Der Kunde darf nie, nie unter keinen Umständen, ja, ich weiß, ich weiß, unterbricht sie ihn. Man darf den Kunden keinesfalls spüren lassen, dass man seine Argumente anzweifelt. Man muss sich klar machen, dass dieser noch so dümmlichen Kritik ein berechtigtes, unbehagendes Kunden zugrunde liegt. Diesen Grund gilt es aufzuspüren und daraus Futter für neue Ideen zu gewinnen. Sie flüchtet in ihr Büro. Erst als sie sich von innen gegen die Türe lehnt, wird ihr klar, dass ihren Kaffee hat stehen lassen. Clemens betrachtet Claire, als sei sie das ungewöhnlich interessante Exemplar einer neuen Insekten-Spezies. Ist was? Das frage ich dich. Sie zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung. Keine Ahnung ist gut. Sozusagen der Ausgangspunkt fährt das Neues. Claire stöhnt. Tu mir einen Gefallen und lass die Klugscheißerei und hol mir den Kaffee, den ich draußen stehen gelassen habe. Sonst noch was? Vorläufig nicht. Sie wendet sich ihrem Schreibtisch zu und arbeitet die Liste der wichtigsten Anrufe und Mails ab. Nur die Berliner Adressaten lässt sie aus. Irgendetwas hindert sie daran, die vorverabredeten Termine zu bestätigen. Und schlüssig wendet sie ihr Bahnticket hin und her. Wie dringlich ist das eigentlich, dass sie nach Berlin fährt? Alles nur atmosphärische Termine. Und solche Atmo-Termine machen nur Sinn, wenn man gut drauf ist. Aber sie ist eindeutig nicht gut drauf. Clemens kommt mit dem Kaffee zurück. Ist ein echter Freund, danke. Du siehst krank aus. Meinst du, fragt Claire hoffnungsvoll. Macht sich da nicht ein feines Kratzen in ihrem Hals bemerkbar? Claire überkommt die verlockende Vision einer heißen Badewanne. Sie sieht sich den Wohnungsschlüssel herumdrehen, Kerzen anzünden, die Stereoanlage lautstellen und orangefarbenes Stimmungsöl ins Badewasser träufeln. Vielleicht ist es ja das Beste für ihre Berliner Kontakte, wenn sie in Hamburg bleibt. Vielleicht ist sie aber auch nur ein Drückeberger. Man tut immer etwas, auch wenn man nichts tut. Wu Wei, sagt sie laut, ohne es zu merken. Wu was? fragt Clemens. Wu Wei, alte chinesische Weisheit. Clemens runzelt die Stirn und verzichtet auf einen Kommentar. Vielleicht ist ja etwas dran an der Sache mit dem Nicht-Tun, denkt Claire. Als Xulin so endlos still saß, bevor er seinen ersten Pinselstrich aufs Papier warf, da hat sie das für eine Masche gehalten. Sie dachte, er benimmt sich wie die Karikatur eines inspirierten Künstlers. Aber vielleicht hat sie ihm Unrecht getan. Eine Schneeflocke schwebt in Claires Blickfeld. Weiß vor grauem Novemberhimmel. Eine hauchfeine Antwort auf ihren Spott. Ein lautloses Lachen. Ein Gruß aus dem Norden. Ein Gruß von Xulin. Hast du das gesehen? Es schneit. Tatsache, brummt Clemens unbeeindruckt. Claire steht auf und betrachtet das weiße Wunder hinter dem Fenster. Noch eine Flocke und noch eine. Viele. So viele. Mit jedem der winzigen Kristalle senkt sich ein bisschen Frieden auf die Welt. Und auf Claires Skepsis. Ein angenehmes Schwächegefühl bleibt zurück. Ich glaube, du hast recht. Ich bin krank, sagt sie zu Clemens. Ich muss ins Bett. Gestützt von ihrer schneeweichen Fragilität klopft sie an Peets Bürotür und entschuldigt sich mit Beginn der Grippe. Nun, wo es eine Erklärung für ihr Verhalten gibt, reagiert Piet besorgt und empfiehlt ihr, einen Arzt aufzusuchen. Ja, sagt Claire und weiß schon, dass sie nicht zum Arzt gehen wird. Bereits auf dem Weg nach Hause verwandelt sich das weiße Himmelsgeschenk in schmatzenden, dreckigen Matsch. Der transportiert keinen Frieden. Ganz im Gegenteil, dem ist mit erhöhter Aufmerksamkeit im Verkehr zu begegnen. Angekommen im Kokon ihrer Wohnung öffnet Claire ein Computerfenster in die Welt und findet eine Mail von Xulim. Sie öffnet nur diese. Unwillkürlich hält sie den Atem an, bis sie den ersten Satz gelesen hat. Not that I am haunted by you, but each time I think of you, I smile. Nicht, dass ich mich von dir verfolgt fühle, aber jedes Mal, wenn ich an dich denke, muss ich lächeln. Sein Lächeln springt direkt vom Bildschirm auf ihr Gesicht und bleibt da hängen. Es begleitet sie ins winterliche Stockholm, lässt einen warm verpackten Xulin vor ihren Augen entstehen. Er beschreibt ihr seinen aus der Mode gekommenen Anorak, den er vor zwölf Jahren in Amerika gekauft hat. Seither habe er keinen Schnee mehr gesehen. Nun aber lasse er mit Vergnügen die Schneeflocken auf seiner Brille schmelzen. Claire sieht vom Bildschirm zum Fenster. Keine schmelzenden Flocken auf dieser Glasscheibe. Nasser Wind hat den Schnee vertrieben. Nur auf dem Rand des gegenüberliegenden Daches hält sich noch ein weißer Fleck. Möglicherweise ist der Winter in Schweden heller als im grauen Hamburg. Trotz der langen Nächte. Es scheint Xulin im Norden gut zu gefallen. Zu gut, denkt sie, als sie liest, dass er sich vorstellen kann, für eine Weile dort zu bleiben. Immerhin schreibt er eine lange Mail. Er berichtet von einer Manager-Tagung, bei der er das Energiebild einer Firma gemacht hat. Ein ganz erstaunliches Schweigen habe sich ausgebreitet, als er auf dem Podium saß. Claire sieht ihn vor sich, in seinem Habit, mit hochgebundenem Haar, wie er sein Bit of Chinese Trance macht. Anscheinend ist man im mystischen Norden sogar in Business-Kreisen aufgeschlossen für nicht so fassbare Dinge. Bei Hamburger Managern gäbe es wohl eher spitzzüngige Kommentare als andächtiges Schweigen. Er beendet seine Mail mit einem Love to you. Claire konstatiert es mit freudigem Schreck. Wie hat sie denn ihre Mail unterschrieben? Sie klickt abgeschickte Mails an. Da steht ein schlichtes Claire und sonst nichts. Er dagegen schreibt Love to you. Mutig. Andererseits ist dem englischen Love nicht so viel Gewicht beizumessen wie dem deutschen Liebe. Das weiß sie seit ihrer Londoner Studienzeit. Also ermahnt sie sich, das Love als leichtfüßige Wendung zu verstehen. Eine Wendung, die allerdings gewisse Möglichkeiten in den Raum stellt. Beflügelt von diesen Möglichkeiten tippt sie auf Antworten. Vergessen ist der Grippeanflug, als sie Xulin von ihrem Katastrophentag berichtet. Alles zuvorlästige gewinnt eine herrliche Leichtigkeit, indem sie es für ihn in Worte fasst. Was sie als ärgerliches Durcheinandererlebte, bekommt nun Absicht und tieferen Sinn. Es scheint, als wären die Ereignisse des Tages nur dazu bestimmt gewesen, dass sie ihre Berlinreise absagt. Sie setzt dem chinesischen Wu Wei das deutsche Weniger ist mehr gegenüber und übersetzt es mit Less can be more. Sie freut sich darüber, dass derselbe Inhalt im Englischen weicher klingt. Weniger ist mehr hört sich nach einem dieser Sprüche ihres Vaters an. Eine autoritäre Behauptung. Less can be more dagegen eröffnet eine Welt. Und nun die Unterschrift. Spielerisch mit einem Finger tippt sie Love to you too. Claire Es gefällt ihr, wie es so dasteht. Sie kommt sich frivol vor und hat sich gleichzeitig hinter Xulins Formulierung versteckt. Klick macht sie und katapultiert ihre Botschaft auf die Reise. Und wie geht es weiter? Ja, da kommen noch einige Sachen. Es gibt auch einen kleinen Kriminalplot. Also es gibt auch eine kleine Kriminalgeschichte. Allerdings kein Mord, sondern nur eine Klage. Aber sie arbeitet dann mit einem Detektiv in Hamburg zusammen. Und schließlich nach einigem Hin und Her verabreden sie einen gemeinsamen Urlaub in den Alpen. Oh, wie romantisch. Schön. Ja, und das ist dann sozusagen Teil zwei, wenn sie aufeinandertreffen. Ja. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also Figuren. Also ich glaube, das ist nicht bei mir, sondern bei fast allen Autoren wahrscheinlich eine Melange aus Erlebtem, aus Beobachtetem, aus Erfundenem. Also zum Beispiel, ich kenne tatsächlich einen Chinesen, der die alte Tradition der Kalligrafie für energetische Bilder benutzt. Aber natürlich nennt er sie überhaupt nicht Personal Power Pictures und natürlich ist er auch überhaupt kein Qigong-Meister. Beim Qigong dann wiederum habe ich auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen. Oder ja, nehmen wir dann also den Detektiv aus dem Krimi-Plot, da hatte ich eine Anfangsidee und dann kommt jemand, den man kennt und man nimmt ein paar Kleidungsstücke von dem und das kombiniert sich aber dann wieder was anderem. Also irgendwie gewinnen alle Figuren dann auch ein Eigenleben. Die Geschichte, die hat ja dann ihre eigenen Zwänge und so verändern sich die Figuren mit ihr. Wo spielt denn dein Buch? Also spielt in Hamburg, das fand ich, ich habe mal selber ein paar Monate in Hamburg gearbeitet. Dadurch habe ich so eine Grundkenntnis von der Stadt und die schien mir halt, weil da die Werbebranche auch sehr beheimatet ist, schien mir einfach eine sehr gute Basis für meine weibliche Hauptfigur. Und Schweden, klar, das musste ich dann ein bisschen recherchieren, aber für den Skiurlaub in den Alpen, da konnte ich natürlich auch wieder auf einige eigene Erfahrungen zurückgreifen. Aber als ich überlegt habe, wo genau soll das denn jetzt spielen, da habe ich dann auch recherchiert und alles Mögliche angeguckt und bin auf den wunderschönen Namen Wildschönau gestoßen. Und ich habe gedacht, also das ist es einfach, da muss das spielen. Ja. Hört sich gut an. Mir gefällt es. Also ich könnte ja aus der Wildschönau, aus dem Beginn da nochmal einen ganz kleinen Ausschnitt auch lesen. Lesen? Ja, sehr gerne. Du kannst gerne weiterlesen. Freue ich mich. Von nun an geht es in die Berge. Die Straße wird schmal und steigt an. Claire hofft, dass sie bald die Schneegrenze erreichen. Aber die Wiesen bleiben matschbraun und in den Vorgärten zeugen dahin schmelzende Schneemänner mit verrutschten Kohlenaugen und depressiv gesenkten Möhrennasen davon, dass es in diesem Winter schon einmal Schnee gab. Claire hat das Urlaubsziel ausgesucht. Sie fühlt sich verantwortlich. Sieht nicht gut aus, sagt sie kleinlaut. Er wirft ihr einen Blick zu und grinst. Heaven or hell, snow or no snow, we take what we get. Himmel oder Hölle, Schnee oder kein Schnee, wir nehmen, was wir kriegen. Claire seufzt erleichtert und setzt die Sonnenbrille auf. Sie hat ein Apartment vorgebucht. Das Apartment sei leicht zu finden, hatte die Vermieterin am Telefon gesagt. Es sei gleich hinter dem alten Mühlrad. Das hatte sich romantisch angehört. Das alte Mühlrad ist tatsächlich leicht zu finden. Leider liegt es dicht an der Durchgangsstraße. Und es liegt im Schatten. Das allerdings hätte Claire sich denken können. Mühlräder pflegen nun mal nicht auf dem Berg zu stehen, sondern am tiefsten Punkt eines Tales. Wahrscheinlich ist es das Haus da drüben, sagt sie unglücklich und zeigt auf ein glattes Gebäude ohne jeden Charme. Hm, sagt er und zieht auf seine Uhr. Das da drüben ist dann wohl das Hotel mit Sauna. Sie hat gesagt, dass man dort auch als Nicht-Hotelgast hingehen kann. Das Hotel liegt auf der anderen Seite der Kreuzung. Trübe Fensterscheiben geben den Blick auf Holzimitat und schmutzunempfindliche braunwäsche karierte Tischdecken frei. Im Türrahmen hängt ein angegilbtes Schild, auf dem für den wöchentlichen Kegelabend geworben wird. Sie sehen sich an. Not exactly what we like, is it? Nein, nicht gerade, was uns gefällt. Claire sieht zur Sonne. Es ist erst drei Uhr. Right, antwortet er. Beschwingt von ihrem Einverständnis steigen sie wieder ins Auto. Die Straße schraubt sich aufwärts. Schon bald verdichten sich Schneereste auf der Straße. Das Autogerät gelegentlich ins Rutschen. Das scheint Xulin Spaß zu machen. Er lehnt es ab, Schneeketten anzulegen, und erzählt, dass er eine Zeit lang in den Rocky Mountains Lastwagen gefahren sei. Claire verdrängt den Gedanken daran, dass ein anderes Auto entgegenkommen könnte und bewundert die Geschicklichkeit, mit der er die Sommerreifen um die Ecken schlingern lässt. Trotzdem ist sie erleichtert, als die Achterbahnfahrt auf dem Parkplatz eines Jugendheims zu einem vorläufigen Halt kommt. Sie steigen aus und befinden sich auf einer gleißenden Anhöhe. Vor ihnen ein unberührtes Schneefeld. Rechts Ponys vor offenem Stall und in der Ferne Ski fahrende Kinder. An der Hauswand stehen verwaiste Holztische. Claire merkt, dass sie Hunger hat. Es wäre schön, wenn sie hier etwas zu essen bekämen. Ja, das findet er auch. Die Haustüre ist offen. Hallo, rufen sie und klopfen. Keine Antwort. Der Gang vor ihnen ist dunkel. Von Ferne hören sie Küchengeräusche. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen, erkennen sie Schuhregale und Kleiderhaken. Hallo, rufen sie noch einmal und klopfen an die offene Küchentür. Eine junge Frau mit Kittelschürze ist dort zugange. Ob sie etwas zu essen und zu trinken haben können? Trinken schon, aber es sei kein Restaurant. Claire bietet ihre ganzen Überredungsscharme auf und am Ende bekommen sie nicht nur Brot, sondern Schinken dazu. Ein königliches Mahl in der kalten und zugleich durchblühten Bergluft. Die Sonne prallt auf die Hauswand und entfacht eine Hitze, als wolle sie den Winter verdampfen. Ferne Kinderrufe vertiefen die Stille. Sie lassen das Brot im Mund zergehen und kosten die Fülle des Augenblicks, bis die Sonne weiter wandert und eisige Schattenfinger sie erreichen. Zeit für einen Spaziergang. Er bricht einen Eiszapfen vom Heustadel und geht damit in Fechtstellung. Claire tut es ihm nach und sie lassen ihre spitzzerbrechlichen Eisdegen gegeneinander antreten, bis sie in kleinen Stücken am Boden liegen. Lachend fallen sie sich in die Arme. Als sie weiter berg ansteigen, halten sie ihre Hände gefasst, schlenkern sie zwischen sich, erst leicht, dann übermütiger. Zuletzt reißt es die Hände auseinander und dann rennen sie den Weg entlang fröhlich wie Kinder. Nach einer Biege sehen sie zwei wettergegerbte Häuser. Hier müsste man wohnen können, aber wahrscheinlich wird hier gar nichts vermietet. Jedenfalls steht da nichts von Zimmer frei. Xulin will trotzdem fragen. Er lässt sich von Claire's skeptischen Einwänden nicht beirren und klingelt. Es dauert eine Weile, bis sie ein Schlurfen hören und die Tür einen Spalt weit geöffnet wird, sodass ein faltiges Gesicht mit misstrauischen Augen zu sehen ist. Claire möchte sich vor Peinlichkeit verkriechen, aber Xulin begrüßt die Frau ganz unbefangen in Englisch und redet auf sie ein, als müsse sie diese Sprache verstehen. Claire übersetzt. Nein, gibt nichts zu mieten in dem Haus, sagt die Frau, spießt den Chinesen mit ihren Blicken auf und will wissen, wo sie herkommen. Aus Hamburg, sagt Claire. Äh, schnaubt sie ungläubig und schließt ihnen die Tür vor der Nase zu. Sie hören noch, dass der Schlüssel von innen herumgedreht wird. Das nächste Mal sollten wir sagen, wir kommen aus China, sagt Xulin. Das hätte ihr den Wind aus den Segeln genommen. Ja, also das ist erst der absolute Anfang von dieser aufregenden Begegnung, wo sie sich nahe kommen, so nah, dass sie sich auch verletzen können. Und es geht also durch alle möglichen Höhen und Tiefen und die Geschichte endet wieder in Hamburg. Ich sage aber jetzt nicht wie. Ja, wer das wissen möchte, muss auf jeden Fall ein Buch kaufen, würde ich sagen. Ja, das wäre schön. Genau. Dein perfekter Schreibtag. Wie sieht der aus? Also ziemlich banal. Am Morgen nach Frühgymnastik, Frühstück, Zeitung lesen, geht es einfach an den Schreibtisch. Und das ist dann so bis zum Mittagessen, was ich aber auch schon mal so bis halb drei verschieben kann, je nachdem, wie ich im Fluss bin. Die Nachmittage und Abende sind dann flexibel für alles möglich, aber manchmal folgt dann auch noch eine zweite Schreibphase. Hast du immer Spaß am Schreiben? Naja, immer. Ich meine, man hat solche und solche Tage. Manchmal ist man mehr inspiriert, manchmal weniger, manchmal ist es einfach Arbeit. Also ich habe so einen Trick, wenn ich müde bin, dann lese ich mir das zuletzt Geschriebene durch und korrigiere das und so komme ich dann langsam wieder rein. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Also, dass man sich freut, weiterlesen zu können, wenn man die Lektüre mal unterbrechen musste. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, also es muss einen einfach packen, es muss einen emotional berühren und ich finde es auch toll, wenn ein paar Anregungen, Denkanregungen dabei rauskommen. Und ich finde, die Sprache sollte gut sein. Das ist jetzt natürlich ein weiter Begriff. Also ich persönlich bestehe darunter nicht unnötig ambitioniert. Ich finde, man sollte keine Hürden aufbauen der Verständlichkeit oder so. Die Sprache sollte dem Inhalt entsprechen, ja. Und natürlich freue ich mich, wenn es ein paar besonders geglückte und schöne Formulierungen gibt, die Bilder im Kopf entstehen lassen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, Instagram und Facebook. Also ich habe mich inzwischen dazu überredet, dass ich jeden Dienstag einen Post rund um meine Bücher, meine Lesungen, was auch immer gerade stattfindet, in die Welt schicke. Ansonsten habe ich auch eine Webseite unter meinem Namen, dorothea-neukirchen.de Ja, wenn mir jemand schreiben möchte, dann am besten über meine Webseite beziehungsweise per E-Mail. Da steht meine Mailadresse auch nochmal. Und die ist auch einfach wie mein Name, mail at dorothea-neukirchen.de Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Du hast uns ja jetzt alle sehr neugierig gemacht und der Schnee kam vor. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ja, es kommt noch viel Schnee vor. Es kommt auch Skilaufen vor mit allen Höhen und Tiefen. Und ja. Ach, wie schön. Ja, überall da, wo es Bücher gibt. Also man kann es im Buchladen um die Ecke bestellen. Man kann es bei Amazon auf sämtlichen anderen Buchplattformen kriegen. Und also da es von BOD verlegt wird, empfehle ich die Buchplattform von BOD. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Na ja, also erstmal, dass sie das Buch wirklich gerne lesen und am liebsten überhaupt nicht aus der Hand legen, bevor sie am Ende angekommen sind, was also bei über 200 Seiten ein bisschen schwerfällt. Ja, ich wünsche mir auch, dass es Nachhalt und vielleicht auch irgendetwas auslöst. Naja, und dann, wenn jemandem mein Buch gefallen haben sollte, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn es weiterempfohlen wird und wenn jemand irgendwo bei Amazon oder bei BOD eine Leserrezension verfasst. Genau, das ist nämlich sehr wichtig für die Autoren, dass man eine Rezension hinterlässt. Das ist natürlich super, ja. Genau. Ja, Dorothea, wir sind leider schon am Ende. Schade, ich hätte jetzt noch ganz lange zuhören können. Es war wieder sehr schön, dir zu lauschen und ich hoffe, dass du mich bald wieder besuchst. Okay, danke. Immer gerne. Ja, dann vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Bis dann, tschüss. Bis dann. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.